Was? Das ist der Flügel! Was ist der Flügel? Was ist der Flügel? Was ist der Flügel? Morten! Morten! Oh, Morten! Ja, nein, aber wir machen normal, wir machen normal. Aber das steht ja da auch. Da steht ja Zeit normal. Kein Druck. Ich dachte, wir machen keinen Druck. Ich dachte jetzt. Nein, normal. Oh Gott. Wait to drink. Okay. Ich habe einen guten Satz. Oh. Komm, steht mein Satz jetzt da? Oh, genau. Ich ändere, steht da das? Ich habe sofort abgegeben. Um die anderen da Druck zu setzen. Sehr weit. Um ein bisschen Druck zu machen. Ja, genau. Jetzt sind schon zwei, jetzt sind schon zwei. Rezo, ich glaube, ich habe deins und ich habe es so toss-friendly gemalt, wie es nur geht. Er hat noch einen, bin ich richtig. Ey, Guys. Ach du Scheiße, verstehe ich nicht. Was? Was? Okay, jetzt muss man beschreiben, oder wie? Was? Ich habe den Morden abbekommen. Ich habe es hundert Prozent richtig. Bin ich das? Ich denke mal schon. Einer von euch hat die schlechteste Schrift auf diesem Planeten. Gar nicht. Ich habe die Stahl. Ich konnte nicht mal zu Ende schreiben. Ich konnte nicht mal zu Ende schreiben. Äh. Äh. Was? Was? Was machst du? Hä? Warum ich? Was? Ich bin maximal verwirrt. Das kann nur vermorten. Was ist das hier? Nein, nein, nein. Scheiße, Junge. Karo so. Ja, bitte? Ich möchte, dass du mir gleich Props singst, okay? Okay. Sing. Sing ich. Ja. Machst du Freestyles ein bisschen, okay? Nein. Ey, wie schnell. Ich mach sowas nicht. Ich mach sowas nicht. Keine Ahnung. Ja, Emote-Only Chat. Ganz wichtig, ne? Oh. Ey, das geht alles so fix. Nein, mal bitte. Machen wir nicht. Wer Emote-Only macht, wird es los. Emote-Only ist komplett egal. Ja, ich habe es geschafft. Es ist extrem gut geworden, aber es ist der absolute Scheiße, Digga. Ich weiß nicht, wer sowas aufschreibt. Da muss jemand ein Radiergummi gegessen haben oder so. Keine Ahnung. Oh. Was? Was? Wir meinen alle wie Grundschüler. Nein, nein. Aber ihr habt doch so viel Zeit. Wie könnt ihr mit der Zeit das machen, was ich hier sehe? Ja. Wer soll das sein? Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, warum jemand sowas schreibt als Satz oder malt, aber Digga. Das ist einfach Verbrechen gegen die Menschheit, glaube ich hier, oder? Alles lang. Was? Was? Ich kann das gar nicht. Ich schaff's nie, den Satz zu Ende zu schreiben. Es ist so stressvoll. Was? Ich weiß nicht, wer das sein soll. Oh shit. Okay, ja. Lässt du schnell abgeben, Leute, ja? Ja, bitte, bitte, bitte. Äh... Abgegeben. Also ich hab schon mal das halbe Glied. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, aber ich hab's. Das ist so dumm alles hier. Das ist alles so dumm. Nee, ich kann, also ich kann wirklich gut zeichnen. Hey, was ist das alles? Egal, Google ist mein Freund mit Kälter. Das ist ein geiles Bild. Holy Perspektive komplett für'n Sack, aber ganz ehrlich, alles in allen wirklich ne Fünf auf'm Kunstzeugnis. Nein. Was? Oh mein Gott. Hey, ich hab überall mein Shake jetzt. Ich hab überall über meinem gesamten Schreibtisch meinen Shake. Let's go. Was meinst du mit meinem Shake? Ich hab nen Shake neben dem Schreibtisch gehabt und ich schüttel den halt, weil ich dachte, ey, ich hab den Satz noch nicht. Ich hab überall Shake. Keine Ahnung. Ey, ich kann nicht... Ey, was? Das ist alles voll. Ich hab alles voll. Was? Das ist so stark wieder gemalt. Was? Ja. Okay. Seid ihr ready? Riso, bist du ready? Okay. Der, der es geschrieben hat, liest immer bitte vor. Revit wandert nach Madeira aus. Okay. Sweet. Was? Was hast du da geschrieben? Funchal? 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 Die Hauptsache von Madeira. Hab ich nicht gecheckt. Okay. Revit fliegt nach Madeira. Okay. Trotzdem aber stark. Das war gut. Oh scheit. Okay. Das ist gar nicht, was das ist. Das ist gar nicht, Miki. Hübsche Pilotin fliegt über Insel. Oh, Floppy, Alter. Floppy, Digga. Es sind immer die Clash Royale-Spiele. Alter. Wo ist die denn? Wo ist die denn auch hübsch, Chef Strobel? Pilot fliegt über Insel. Was? Pilot, ihr habt lange Haare. Die Piloten haben auch lange Haare manchmal. Was ist jetzt das Linke? Was ist das Linke? Erklär es mir. Flugzeug fliegt über Insel. Ja, plus halbe. Achtung, jetzt kommt ich? Ich konnte nicht weiter schreiben. Das halbe ist gut. Das halbe ist gut. Das halbe ist gut. Start, start, start. Einmal ein halbes. Du standet auf einer einsamen Insel. Mein Gott, du driften voll ab vom Thema. Ja, aber Insel ist gut. Boah, Alter. Boah. Boah. Das ist gut. Boah. Chef Strobel verprügelt 12 Jahre auf der Glässe. Klassiker. Boah. Das hab ich nicht gerafft. Tut mir leid, das hab ich nicht verstanden. Boah. Alter, Floppy, du zeichnst ja auch so schein, ne? Chef Strobel-Box. Tank geht kaputt. Was? Ah, Hank? Boah. Jetzt komm ich. Und Hanky hat Fnatic. Das ist nicht Fnatic. Streamer schlägt Zuschauer kaputt. Oh, gut. Hä? Stammt. Der hat in der Nase. Alter, hab ich nicht abgedrifft. Oh mein Gott. Ey, das sieht aber wirklich aus wie Daniel. Ich mein, wir rissen wirklich aus wie Danny. Jetzt komm ich, jetzt kommt meins. Achtung, wie man Powerblatt erkennt. Boah. Ja, ein Blitz. Boah. Boah. Boah, guck doch auf. Hey, Max, gut. Achtung, Caruso. Alter. Guck mal, Kassu für den Leichenwerk gebracht. Papa, Platte und Danny sind mieses Songs. Ich hab ihn verschwinden. Sinden, ja. Leer. Geil. Da war der Shake. Ich glaube, da ist der Shake. Stark, Wieso, stark. Auf alles, Max, sein Satz ist so dumm und besch***ten. Zehn Euro dafür. Z-Mex wirft Schack auf Fahrradfahrer. Ja. Waaalte, Morten. Oh, Morten. Was? Morten. Ne, Morten kann's nicht. Morten kriegst du nicht. Hey Morten. Das ist ganz dumm. Morten. Wir haben dein Baby mit K.T. Im Kinde. Im Kinde. Im Kinde. Was soll ich hier? Oh, gut. Wieso denn ich? Wieso denn ich? Keine Ahnung, Alter. Aber was soll ich sagen? Ich dachte, jemand hat einen Trimax-Mill-Gruft bei K.T. Mann, ich wusste so sehr, dass das von dir ist. Ein Baby wird mit Sch*** beworfen. Ja, guckst doch gut. Hehehehe. 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 Oh. Was? Was? Wie kann man denn OBS malen? Alter, Romater, du bist so kacke. Das ist sogar gut gezeichnet. Gefällt mir. Stark, stark, stark. Das ist okay. Das ist okay. Was? Was? Nein, das war meine beste Zeichnung. Das war gut, oder? Das war gut, oder? Das war gut, oder? Müsste ich ehrlich sagen, ich hab's erkannt so. Trimax streamt den Kaktus vom Rekord. Ja, guck mal, man hat's erkannt. Es war not bad, oder? Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Boah, Junge. Boah, der Verruhe. Den ist ein bisschen viel geschaut. Trimax bespricht den Kaktus vom Rekord. Alter, aber wieso ist das denn so ein alter Mann geworden? Okay, Brenzo. Rezi schneidet Zwiebeln mit Zinem Öl. Ja, Digga. Ne, das ist der schlechteste Satz. Ja, weil hier plötzlich die Zeit war oben, Alter. Ich dachte, es ist super entspannt. Okay, jetzt ganz kurz. Schaut bitte. Ich hab's Beste daraus gemacht, wirklich. Boah, Digga. Ey, ist gut. Sehr gut. Noch, dass du weinst, find ich sehr schön. Ich dachte, das steht schwer. Weißt du, wen gibt's zufrieden? Ne, Morten. Morten, Mann. Wir haben es angefangen. Also Morten ist nicht geil, einfach. Morten ist nicht geil, einfach. Morten ist nicht geil, einfach. Den steht auf der braunen Kugel. Oh, nein. Er ist auf der braunen Kugel. Ey, Morten macht es nicht geil. Warum hier alle nach 20 Sekunden abgeben können. Geil. Hey. Das sind die braunen Kugel. Warum sagst du Halbkugel, Alter? Eine halbe Kugel. Das ist doch nicht Danny. Halbe Kugel. Ja, was soll ich machen? Das ist so dumm. Oh, mega. Das ist eine halbe Kugel. Das ist eine halbe Kugel. Riese kämpft gegen Merkel. Wer ist denn gut? Wer macht Down-Syndrom? Alter. Heftig. Okay, come on. Resobox, nett. Was? Resobox? Das war der Augenblick des Shakes. Resobox, nett. Resobox, nett. Resobox, nett. Resobox, nett. Ich hab das nicht als Give-Up gespeichert. Jetzt kann ich das nicht jetzt einfach viel... Antonia. Seht ihr, wie man Revi zeichnet? Ein braun anders und dann blonde Haare drüber. Oder einfach nur blonde Haare. Das heißt, feier ich auch. Revi's Schild mit der Mädchen wegen Impul. Ich hab das selber so geil umgesetzt, weil ich hab mich auch bis... Also nicht, dass ich mich gefühlt hätte, aber ich... Also... Ich hab irgendwie Chef Strubbel erkannt. Was? Ich hab irgendwie Chef Strubbel erkannt. Bist du dumm? Was? Chef Strubbel chillt mit der Mädchen-WG im Burn. Warum weiße Haare? Wie bist du auf Chef Strubbel gekommen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist gut. Chef Strubbel ist in nem Baller-Grow. Ein Geldes aus dem Danebenpool-Party. Einer ist Hamsterer. Was? Morden! Einer ist... Karl kocht Antonia eine leckere Bolognese. Das wirklich ist gut geworden. Oh! Antonia ist nackt! Ey, voll schön auch, dass sie beide nackt sind! Ey, das war meine erste Runde! Ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert. Ey, ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert. Ey, ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert. Ey, ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert. Das war mein erster... Ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert. Das war mein erster... Ich hab noch nicht Baguette-Runde. Ich hab doch irgendwen schreiben können! Ich wollte trinken! Pinkspin! Ach, Digga, ihr seid doch alle so lost! Ja, Alter, das ist langsam richtig, nur ein dicker Mensch. Ich hab das Beste versucht, draus zu machen. Ey, ich wusste nicht, dass wir uns gegenseitig machen. Ey, mach mal nötig! Konk kocht Spaghetti mit dir. Konk kocht Spaghetti mit dir. Konk! Geil! Einfach Konk! Romatra verbrennt sein Spiegelei. Spiegelei! 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 Guck mal, wer das umgesetzt hat! Guck mal! Das ist Romatra! Romatra macht Ei in Pfanne. Oha! MAUSEN! Ach, Monatron! Ach, Monatron! Ach, Monatron! Rewi kauft einen riesigen Panda als Kuscheltier. Das ist ganz anders zu mir an, glaube ich. Ey, was hab ich denn? Ich weiß nicht, warum ich den Panda malen kann. Ich kann keine Tiere malen. Oh Gott, jetzt kommt Monatron. Die und Panda sind anders rum. Ja, und jetzt... Guck mal, wie ich bin in einer Gruppe. Das geht auf mich! Hier ist eine Frau in der Gruppe! Sag doch Reefd! Sag doch Reefd! Oh! Hey! Der Wild schenkt eine Mostec und Brokkoli. Oh! Stark, stark, stark! Ja, Digga, so ne Zeichnung. Einfach... Oh! Oh! Der hat auf der Brunnen! Der Euter ist auf der Brunnen! Der Euter ist auf der Brunnen! Wir wollten aber auch die Brunnen. Ja! Merkel füttert Kuh mit Oli. Merkel füttert Kuh mit Oli. Das ist die Zeichnung, auf die ich am meisten stolz bin. Auf die bin ich wirklich stolz? Oh nein! Hey, bist du dumm? Das ist nicht Merkel! Das ist nicht Merkel! So sieht doch nicht Merkel aus! Ach! Genau so sieht Merkel aus! Oh nein! Mortensatz! Ich bin gespannt! Oh! Nee! Das ist ganz nach hinten losgegangen. Ja, ich glaub nicht, was ich da gesehen hab. Aber das war doch ein guter Chef. Ach! Ihr achtet mal drauf, wie ich ein Tier male! Einmal kurz drüber wachen, wie ich ein Tier male! Rediert Arkani einen Pokéball zu! Okay, stark, 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 stark! Oh! Oh! Hey! Romatra! Ja! Ja, 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 wir bleiben dabei! Wenn jetzt hier keiner reinsch... Ich hab's gut gemacht! Ja! Aber Morten ist das nicht gut gemacht! Ja! Ja! Mein Hund sieht ein bisschen kaputt aus, aber sonst... Oho! Ah! Pff! Pff! Wieso machst du nicht orange? Der Hund war richtig kacke! Flobby, bitte! Ey, ich find' der Hund ist voll gut gemacht! Doch! Das war's! Grauer Rezo! Nicht mal blaue Haare! 099, ey! Flobby, du bist so lost! Was ist 0-E99? Der Hund! Der Hund! Der Hund! Der Hund ist einfach nur noch grauer Rezo! Das war's! Der Rewi, du bist nur noch grauer Rezo! Abwechslung! Na ja, stark! Also, man muss sagen, Morten hat nicht am besten gemalt, aber Flobby hat mit Abstand am meisten verkackt beim Raten! Hey Morten, gar nicht gemalt in dieser Runde! Tromax stolpert über einen Stein! Okay, das ist gut! Wie einfach! Easy! Warum ist das... Warum ist das Scheiße? Warum ist das Scheiße? Warum ist das Scheiße? Ey, warte mal ganz kurz! Mach mal Pause! Mach mal Pause, Rebi! Ja? Karl, warum ist das Scheiße? Ja! Thema verfehlt 6! Ey, das war gut! Na ja! Ne! 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 Überhaupt! Nein! Scheiße! Der Stein ist schlechter Strubbel! Scheiße! Ey, das ist ganz kurz! Ich leide dabei! Das ist echt, dass du keinen Bock hast! Tromax guckt dumm wie unter ein Scheiße! Versteht das? Scheiße, ist einfach immer nackt! Man ist immer alle nackt, wenn du das zeigst! Ich weiß es nicht! Ey, ab der nächste Runde mach ich das auch! Oh, die Rolex! Das ist ein gutes Detail! Tromax trifft auch Scheiße! Das ist alles nur Karls Schuld, das mit der Scheiße! Ich glaub ich war auch gut! Ich glaub ich war auch gut! Ja, es ist wahr! Seitdem der Scheiße drin war, hat die sich durchgezogen! Was hast du da auch? Ey, ich mein nicht! Karl hat ein bisschen... Also wo kam die Scheiße her? Frag ich mich! Der von Karl! Au생れたen! Au생'll! Von der Romans runter! Bis zum nächsten Mal.